Dank Öl und Fett laufen Ihre Anlagen flüssig, wird Reibung vermindert und frühzeitigem Verschleiß vorgebeugt. Doch das manuelle Schmieren von Lagern ist aufwendig und bei bestimmten Anlagen mit Risiken verbunden. Das hat jetzt ein Ende mit dem automatischen Schmierstoffgeber Concept 1 von Schaeffler. Von nun an werden Ihre Lager automatisch, kontinuierlich und nach Bedarf geschmiert. Der Concept 1 ist einfach und schnell installiert. Entfernen Sie als erstes den Schmiernippel von Ihrem Aggregat. Befestigen Sie stattdessen den geeigneten Verbindungsadapter und darauf den Schaeffler Schmierstoffgeber. Stellen Sie zuletzt auf der Skalenscheibe ein, über welchen Zeitraum das Öl oder Fett abgegeben werden soll. Dazu benötigen Sie nur einen Schraubenzieher oder eine Münze. Und schon übernimmt der automatische Schmierstoffgeber die Schmierarbeit für Sie. Den Concept 1 gibt es mit zwei unterschiedlichen Fassungsvermögen, 60 Milliliter und 125 Milliliter. Beide haben eine maximale Laufdauer von 12 Monaten. Innerhalb des gewählten Zeitraums wird Ihre Anwendung konstant mit Schmierstoff versorgt. Und durch das kontinuierliche Schmieren vermindert sich auch das Risiko einer Verunreinigung des Schmierstoffes, was der Lagerlebensdauer zugutekommt. Was aber, wenn der Schmierstoff aufgebraucht ist? Dann können Sie die Kartusche einfach neu befüllen. Und das nicht nur mit hochwertigen Arcanol-Schmierstoffen von Schaeffler, sondern auch mit Ihren eigenen, sofern diese innerhalb der zulässigen Spezifikationen liegen. Die Möglichkeit, den Schaeffler Concept 1 Schmierstoffgeber wieder zu befüllen, reduziert Ihre Kosten sowohl bei der Beschaffung als auch der Entsorgung. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. Mehr Zeit für andere Themen und weniger Risiken durch manuelles Schmieren mit dem Concept 1 von Schaeffler. Und alles läuft, weil geschmiert.